Endlich gibt es mal wieder ein Video über eine Stickmaschine. Darauf wartet ihr ja schon so sehnsüchtig und fragt in den Kommentaren ständig, kannst du mal diese oder kannst du mal diese Maschine testen? Jaha, das mache ich ja jetzt. Und mit diesen einleitenden Worten sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer hoffentlich fortwährenden Fortsetzung an neuen Videos hier auf unserem Make-Ma YouTube-Kanal. Marit und ich sind ja ständig auf der Suche nach Neuigkeiten, probieren aus und sagen zum Beispiel, wenn wir etwas absolut nicht empfehlen können. Ihr erinnert euch zum Beispiel an den Livestream mit den Folien. In diesem Video allerdings zeige ich euch eine Stickmaschine für Anfänger, die aufgrund einiger Features viele andere kombinierte Näh- und Stickmaschinen in diesem günstigen Preissegment, so um die 1000 Euro, in den Schatten stellen wird. Fast 50.000 Views und über 600 Daumen nach oben hat mein Video über die Brother M280D von euch Makeys bekommen. Mowi schreibt zum Beispiel, danke für das Video, ich habe die Maschine, sie ist super, bin Anfängerin, aber sehr einfach zu bedienen. Marielle Gajewski, ich hoffe ich spreche es richtig aus, kommentierte ebenfalls, danke für das tolle Video, du hast mir sehr geholfen, diese wird mein Schmuckstück für mein Nähzimmer. Yeti Palima fragt, habt ihr auch schon mal eine Pfaff Creative 1.5 getestet? Nein, aber heute testen wir etwas, wie ich finde, noch Besseres. Und aller guten Dinge sind vier? Ähm, Gizmo kommentiert mit. Can I use a large embroidery hoop on this machine? Thanks. Nope, leider nicht. 10x10 ist bei der M280D das Maximum, deshalb zeige ich hier heute eine Alternative. Eine Sache möchte ich jedoch noch vorweg sagen, wenn du dich für die M280D entschieden hast, herzlichen Glückwunsch, du hast eine tolle kombinierte Näh- und Stickmaschine, wirklich. Maren und ich haben uns in den letzten Wochen etwas auf dem Markt umgesehen. Und dabei ist uns eine kombinierte Stick- und Nähmaschine ganz besonders ins Auge gefallen. Hier ein paar Bilder. Zunächst einmal, was ist das bitte für ein Design? Die Yade35 ist keine Maschine, die man in der letzten Ecke unter seinem Bett irgendwie verstecken möchte, wenn Besuch kommt, sondern ist, ich finde, in jedem Wohnraum sogar eine Dekoration. Also die Blicke werden auf jeden Fall hier auf die Maschine gezogen, wenn du weißt, was ich meine. Das ist eigentlich kein Wunder, denn in Zeiten von Höge, minimalistisch-skandinavischem Design, hat das Unternehmen aus Schweden nur das gemacht, was sie schon seit, ich glaube, 1872, also seit über 150 Jahren machen, Nähmaschinen bauen. Doch gut aussehen können viele von uns. Das Wichtigste ist jedoch, was drin steckt, oder? Und deshalb nehme ich die Yade35 in diesem Video etwas unter die Lupe. Und so viel kann ich schon verraten, wenn du auf der Suche nach einer guten Nähmaschine bist und wenn diese dann auch noch mit einem mehr als dreimal so großen Stickrahmen wie bei anderen Einsteigermaschinen geliefert wird, sticken kann, dann steht hier möglicherweise deine nächste Stick- und Nähmaschine, also Näh- und Stickmaschine. Ja. Im Lieferumfang ist natürlich das Kernstück. Die Augenweide, die Yade35 enthalten. Und ich sage es noch einmal, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das Maschinenstecken ist längst nicht mehr ein rein frauenbesetztes Hobby. In unserem Make-My-Stick-Café auf Facebook und auch in unserem Livestream sind mittlerweile so viele Männer, dass ich verdammt glücklich darüber bin, dass Husqvarna Viking hier das Design überwiegend genderfrei, also ohne lila und ohne rosafarbene Blumendekors gestaltet hat. Nicht, dass ich etwas gegen rosa Blumendekor habe, aber ja, die möchte ich auch gern selber gestalten und das am liebsten dann beim Sticken. So, dann machen wir das Kästchenmaschinenchen einmal auch. Schaut mal, man kann hier so einen Kasten rausnehmen und darin befindet sich ein Gaspedal. Kleines Gaspedal, ein Tütchen mit einem Haufen Zubehör, hier ist nicht alles drin, ein bisschen was habe ich schon rausgelegt und ein USB-Stick. Vorne hat die Maschine noch ein Zubehörfach, das kann man so rausschieben. Hinten hat sie auch noch ein Zubehörfach, das kann man auch so rausschieben. Und man kann dieses Ding auch komplett abnehmen. Dann hat man eine Freiarmmaschine, das heißt, du kannst das Bündchen deines nächsten Kleidungsstückes, was du nähen wirst, hier mit annähen. Und das ist auch die Vorbereitung für den Sticktisch. Das ist dieses Modell hier. Dieses Teil, das kommt auch mit der Jade 35 schon dabei. Und das steckt man einfach hier seitlich. Ich muss mal den Stickrahmen wegnehmen. Hier seitlich so ein. So ist aus einer Nähmaschine eine Stickmaschine geworden. Und nun wird es spannend. Denn wie viele kombinierte Näh- und Stickmaschinen für Anfänger in diesem Preissegment, kommt normalerweise ein 10x10 Rahmen mit. Der ist relativ klein im Vergleich zu anderen Stickmaschinen. Und der mitgelieferte Stickrahmen ist nicht 10, nicht 15, nicht 20, sondern 24 cm hoch und 15 cm breit. Und ist damit mehr, also ungefähr 3,6 mal so groß wie ein Stickrahmen einer herkömmlichen Näh- und Stickmaschine für Anfänger. Cool, oder? Wenn du auch gerade im Hintergrund diese Musik hörst. Es ist Corona-Zeit. Und bei Corona, wie auch ihr, bleiben verdammt viele zu Hause, machen Homeoffice, sind einfach viel zu Hause und suchen nach Abwechslung. Und unseren Nachbarn ist es auch nicht vergönnt, hier mal die Musik ein bisschen lauter aufzudrehen. Vielleicht drehe ich einfach unsere Musik so ein bisschen unter das Video darunter. Und machen weiter mit dem USB-Stick, der leider bei einigen Unternehmen nicht mehr mitgeliefert wird. Hierauf befinden sich eine Stickschrift in verschiedenen Größen. 770 fertige Stickdesigns, wobei die Jade 35 auch schon im Näh-Modus schreiben kann. Aber dazu gleich mehr. Wenn du keinen USB-Stick hast oder auf der Suche bist nach einem, Mario und ich haben einen gravierten USB-Stick. Den haben wir noch nicht im Shop. Sollte er im Shop sein, dann einfach mal drauf gehen. Aber der wird in der nächsten Zeit in unseren Shop gehen. Der ist, ja, der ist Rosé-Gold mit so einem Schlüsselanhänger aus Metall. Sehr, sehr schön. Und nicht zu vergessen, die Jade 35 kommt mit der Sticksoftware Embroidery Intro. Das ist in einer kleineren Version auch die Version, mit der wir unsere Stickdateien erstellen. Hier kannst du vorab an deinem Computer die Designs zusammenstellen, skalieren und sogar deine eigenen Schriften anlegen, die du dann wiederum auf die Maschine übertragen kannst. Schauen wir uns einmal die Näh-Funktionen an und dazu das Interface und ich schalte die Maschine dazu einmal an. Erstmal einen Stromstecker, stecke ich hier mal so seitlich ein und dann sollte sie auch schon angehen. Ich ziehe allerdings mal gerade den Sticktisch ein bisschen raus, denn sonst denkt sie, sie ist im Stickmodus. Und wir wollen ja nochmal gerade in den Näh-Modus. Also, das hier ist so ein bisschen die Schaltzentrale der Jade 35. Die Knöpfe sind alle super übersichtlich angeordnet. Ganz links, direkt im Arbeitsbereich, sind die wichtigsten Tasten zum Starten, Stoppen, Abschneiden, Rückwärtsnähen und Vernähen angeordnet. Daneben sind die Kurzwahl-Tasten für die wichtigsten Stiche und mit den Zahlen kannst du dann auch noch weitere Stiche, die sich hier oben, die hier oben abgebildet sind, einstellen. Dafür wählst du einfach ganz rechts die Stichkategorie aus, das ist hier. Sagst zum Beispiel Stichkategorie 2, gehst dann hier in 2, sagst zum Beispiel, oder ich möchte mal in Stichkategorie 3, also nochmal hier drauf. Gehst auf 3, enterst mit OK und dann hätte ich gerne diesen Stich, die 13, wähle also ganz schnell 1, 3 und zack, habe den Stich hier eingestellt. Mit den Knöpfen unterhalb des Displays kannst du Variablen wie die Stichlänge und Stichbreite einstellen. Das sind diese Knöpfe hier unten. Der Bereich hier neben ist hauptsächlich zur Positionierung, Spiegelung von Stickdateien vorgesehen und ganz rechts befindet sich der Bereich, um grundsätzliche Einstellungen an der Jade 35 vorzunehmen. Stichkategorien, da waren wir gerade schon mal bereits drin oder Stickrahmengrößen hier oben. Und hier gibt es so einen kleinen Knopf, der heißt Proc und damit kannst du Schriften kombinieren. Ich drücke da einmal drauf, gehe dann hier auf die Schrift, bestätige mit OK und kann jetzt hier schreiben. Großschreib, Kleinschreib kann ich hier einstellen. Moment, das war der Knopf da runter. Enter. Großschreib, Kleinschreib, Zahlen, Buchstaben und so weiter kann ich hier einstellen. Und dann etwas schreiben und das dann mit diesem Herz abspeichern. Und jetzt präsentiere ich das absolute Killer-Feature hier an der Jade 35. Wenn du noch nicht so viel Näherfahrung hast oder auch nur gelegentlich nähst und nicht weißt, bei welchem Stoff, welcher Stich, Nadel, Nährfuß eingesetzt wird, dann präsentiere ich jetzt hier den Nähberater. Hier wählst du deinen Stoff, zum Beispiel dünnen, mittleren, dicken Jersey und das gleiche eben mit Webware oder sogar Leder hier ganz unten. Und im Display bekommst du von der Jade 35 eine Empfehlung für die besten Einstellungen gleich angezeigt. Das ist echt ein mega, mega Feature. Wie ich schon gesagt habe, sind auf diesem USB-Stick bereits 70 fertige Stickdesigns abgespeichert. Natürlich kannst du auf diesen USB-Stick weitere Stickmotive, zum Beispiel aus unserem Shop makema.de, abspeichern, aufrufen, positionieren, spiegeln und natürlich auch sticken. Und im mitgelieferten 24x15cm Stickrahmen kannst du sogar viele In-the-Hoop-Stickdateien realisieren. Und genauso wie von der Nähqualität bin ich auch vom super, super präzisen Stickergebnis echt angetan. Marit und ich haben uns sehr intensiv mit der Jade 35 auseinandergesetzt und zusätzlich einen ausführlichen Videokurs für dich zum Mitmachen. Mit allen notwendigen Schritten vom Einfädeln über das Knopflochnähen bis hin zur Erklärung der Stickfunktion erstellt. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Fasse ich also noch einmal die wichtigsten Eigenschaften der Jade 35 zusammen. Die Jade 35 ist eine kombinierte Näh- und Stickmaschine. Das heißt, du kannst damit nähen als auch sticken. Mit der beinhalteten Stick-Software-Beinhalteten ist das ein mega schweres Wort. Mit der beinhalteten Stick-Software-Intro für deinen Computer kannst du vorab Motive miteinander kombinieren und sogar Schriften umwandeln, dann rausspeichern, USB-Stick rein in die Maschine, los geht's. Und auch wenn die Jade 35 kein Farbdisplay hat, so kannst du mit dem 3,6 mal größeren Stickrahmen als herkömmliche, normale, kombinierte Näh- und Stickmaschinenvereinsteiger schon echt viele Sachen machen, wie in the hoop, wie Lace. Wirklich alles, was die Größe hat, kannst du damit umsetzen. Und der Nähberater zum Beispiel ist bei Husqvarna Viking einzigartig. Und wenn du dir unsicher bist, mit welchem Stich und welchen Einstellungen du dein nächstes Jersey-Bündchen annähen sollst, dann hilft dir eine Jade 35 direkt weiter. Übrigens, der Nähbereich, also der Abstand zwischen Nadel und Innenseite, beträgt 20 Zentimeter. Und damit lassen sich auch schon größere Projekte im Nähbereich umsetzen. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video etwas inspirieren. Wenn bei dir die Anschaffung einer neuen Nähmaschine ansteht, kannst du mit der Jade 35 sogar größere Projekte sticken. Natürlich freue ich mich über einen netten Kommentar und wenn dir das Video gefallen hat, dann auch über einen Daumen nach oben. Also nicht als Kommentar, sondern einfach nur auf den Daumen nach oben drücken. Und wenn du zukünftig weitere Videos von uns, also von Marit und mir, sehen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Klick einfach auf das Abo-Banner da unten. Und ja, bis zum nächsten Video oder Livestream jeden zweiten Mittwoch um 20.15 Uhr hier. Bleib kreativ. Ciao. Ciao.